Am Mikrofon ist hier die Gialde aus Braun. Cuba Libre gibt es an der Bar. Nicht zu verwechseln mit Kai Piringa. Kai hat Urlaub, die Piringas haben sie gefangen. Also Cuba Libre gibt es heute an der Bar. Und um 22 Uhr ein Vortag im Besucherzentrum. Che Guevara, Lateinamerika und noch mehr. Nun, mit Musik geht es weiter. Schauen wir mal. Venezuela, Carnaval, Trio, Lampanero. H buit! аксverstehmittel нав Eastern Katar Marina Vielen Dank.